So, Spanner und Fan auf First Division First Game Jungs, ne? Die Gegner sind alle gut, aber das scheint machbar das Match tatsächlich. Können wir so LSC-Champ-Musik einblenden? Das ist halt über lustig. Das ist, oh lol, wir sind sogar fast gleich. Nur Kutscha ist besser als der Supporter von denen. Sonst sind alle gleich. Ja, tatsächlich. Das ist ja witzig. Ist ja witzig. Nur ich bin 100 LP noch mehr als der Typ und ich kehre mich in der Perse. Tim, gib Gas. Nicht viel. Tim! Ja, ich hab schon gestartet, das laggt. Let's go! Es laggt? Oh oh. No. Ich brauch LSC-Champ-Musik. Okidoki, Leute. Ah, insecure. Da kommt erstmal ein Nuno-Band. Das war Ivan. Ah gut. Ivan! Erstmal 5 Jungler rausnehmen. Willkommen zu Hause, Björn. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Willkommen. Was wollen sie? Sie wollen uns patchen. Wie der Jungler schlottert. Der hat gleich nichts mehr. Wir müssen Taliyah picken. Aber der hat Olaf. Was? Also Mylution ist insane, aber... Die haben Angst vor Mylution. Meine A, die Mitländer sind über Grenzen bekannt. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Taliyah. Kommt Taliyah höchstwahrscheinlich, ja. Ich würde so lachen, wenn es jetzt Taliyah ist. So oder so hat, ne? Kann auch sein, dass Taliyah bei 5. Die enden doch. Es ging Taliyah halt nicht so kacke, ne? Ja, was ist denn Taliyah? Ist doch scheiße geil. Senna Morde, ja. Senna Morde, Alter. Was ein Draft. Let's fucking go. I call it, boys. 018. Easy game. Senna Morde. Jo. Komplett, den Senna. Jetzt pickt der Jenna an. Jenna Morde, ne? Jenna Morde. Abbruch. Ich liebe das auch. Wenn ich mittlerweile ein Blind picke, damit der Supporter nicht zeigen muss und dann so eine Jenna kommt, da freut man sich. Jo, das ist richtig bitter. Oder so eine Sona. Jo. Ich hatte Sona in Thresh, ich wollte mich ja schießen, ey. Und die schon so, ah, Draft lost. Die haben jetzt schon mal ein ganz gutes Setup für so ein Teamfight. Was willst du spielen, Kutscher? Ich kann Trash spielen, ich kann Rakan spielen, ich kann von mir aus Leona spielen. Oh, ich glaub Trash wär halt richtig, ja, Trash wär richtig gut. Die gehen richtig ja wie Teamfighter. Dann bunnen die halt nochmal zwei Jungler. Naja, wenn die Jarvan gehen, auf jeden Fall Trash. Aber glaubt ihr, wir müssen den jetzt picken? Dann bunnen die Trash, glaub ich. Oh. Guck mal, die könnten jetzt Trash bunnen. Ja, ich mein, was steht denn sonst offen? Wir könnten jetzt einen Jungler picken, aber ich glaub Trash ist hier schon mega ganz voll. Wir können auch ein Serien spielen. Aber wollen wir dich einen Jungler picken, weil die sonst noch mehr bunnen? Ich würd auch Jungler gehen, auch weil... Aber der hat schon Jarvan gehabbert. Ey, der spielt doch gar nix, Alter. Wir können doch, was überlegst du denn im Jungle gerade? Wie, ist scheißegal, ich kann alles noch spielen. Ne, dann geh Thresh erstmal, oder was? Ja, ja, ich würd auch erstmal sofort fliegen. So, wollen wir Jungler bunnen? Wollen wir Olaf bunnen? Olaf raus? Was bleibt denn noch für Tim? Haliya, Haliya bleibt doch. Haliya bleibt gleich offen. Haliya, ich kenn Thaliya. Haliya, ich kenn Thaliya. Haliya war richtig sick. Wir sind ja... Wir haben da eine gute Catch-Band. Kragas auch noch, aber gegen Brom halt noch. Ähm, also erstmal Jarvan raus. Ja, Jarvan raus, find ich schön. Jemand bisher noch nicht wirklich engaged. Ja, und Olaf halt raus. Ah, nee, der kann schon ein bisschen was machen, ne? Ja, Olaf würd ich auch was nehmen, ist auch ein neues Fuck. True. Ich muss vielleicht gleich blind picken, ne? Lassen wir mal Zeit beim Bunnen. Ja, wir haben halt Counterpick, nicht vergessen. Ja, ja, ja. Ich muss gleich zuerst picken, sorry. Nee, du musst zuerst picken. Nee, wir picken Jungle. Ach, 2. Ach, ich bin geistig behindert, sorry. Ich hab noch 7, 6 Jungle Buns, Alter. Let's go. 7 Jungle Buns. Da geht noch einer. Und es sind einfach immer noch 5 Meter Jungler offen gefühlt. Das ist leider wahr. Es könnte halt noch ein Nocturl oder so ne Scheiße kommen. Ich hab ja Angst für sowas wie Karus. Ich muss auch Kassadin Mitte gehen und ich gehen Nocturl. Gehen ja nie wieder so. Wir outscalen die doch bis nach Mappen Süd. Ja, aber wir FF'n halt ein bisschen die Lane, ne? Wir FF'n halt bis Mappen Nord. Hat Tim grad Kassadin vorgeschlagen? Ja, ich bin auch völlig irritiert. Ach, Jungle Buns. Okay, wir gehen jetzt für'n Jungler. Chain ist auch noch offen. Kinridge. Na, Elise. Also, ich würd Elise gehen und dann haben wir halt... Wir sind halt du, wenn ich kein AD-Jungle spiele. Nee, nicht unbedingt. Ja, dann geh Elise. Ja, dann geh Elise. Wir haben das schöne Catch kommen. Egal. Kha'ix wäre auch geil gewesen, wenn du Kha'ix spielen würdest. Ich hab gestern Kha'ix gespielt, da hätten wir auch gehen können. Boah, ich glaub gegen Giz Kha'ix ist aber schon anstrengend. Ja, Anivia ist super strong gegen Kha'ix. Kommt auch an, wie er spielt. Aber wenn er so sneaky ist, dann ist schon... Weit' auch noch. Und ich kann sie ja ulti, Anivia. Alter, hast du mein Chat cool gesehen? Nee, die AP-Shivana, really? Ich glaub ja nicht. Absolut null Early Game. Boah, die haben harten Scaling, Alter. Die haben vor allem Wave-Game mit Scaling, das ist ein bisschen die Kraft. Ist halt auch ein bisschen Scaling jetzt hier neben, um ehrlich zu sein. Ja. Ich hab bis jetzt eher an eine Synthra gedacht. Aber ich glaub, wir brauchen ein bisschen mehr hinten raus Power, ne? Kha'ix wird auch echt nicht so schlecht, oder? Was wär mit einem Six? Mit dem Six würde ich eher Xerath gehen. Wir könnten halt Kha'ix gehen und dann um Top und Bot zusammen erstmal rumspielen. Das wird wirklich schade. Echt Sheikos spielen competitive, Alter. Okay, ne. Ich mein, Kha'ix hat sich jetzt hier echt nicht so kacke an. Also, ich würde Kha'ix auch nicht schlecht finden. Also, ich hab F halt... Also, die Lady ist halt hart... Anivia favored, ne? Also, der... Ich kann den nicht killen, oder so. Wir können halt Uri gehen, wenn ihr wollt. Neee. Uri fänd ich auch nicht kacke. Ah, musst du sagen, was du confident bist? Ich hab schon kacke hingen. Ich hab schon kacke hingen. Ja, dann... Gib mir mal Uri. Ich bin da... Ich glaub, das ist... Das ist actually fine. Könnt das Match-Up gut spielen. Wir haben Two-Wirst-Es-Two ein bisschen mehr zum Ende. Ich glaub, ohne... Wir haben halt jetzt... Wurde, solange du Two-Wirst-Two gespielt. Sondern... Wir haben ja trotzdem gutes Scaling. Über Senna Uri. Mordiskater auch nicht schlecht. Ja. Mordiskater auch nicht schlecht. Mordiskater auch nicht schlecht. Naja, klar nicht so gut wie Jaxx, aber du bist jetzt nicht so useless. Mordiskater. Ich skalier übel insane. Ja. Also, das war in die andere Richtung. Ach so. Er meinte nicht dat dat. Ich meinte nicht in Richtung Schwächer. Das hast du völlig voll verstanden. Na, na gut. Aber, also, der Jaxx kann nicht cytlen. Niemals Bombi-Won. Ja, niemals. Okay. Kann ich niemals Bombi-Won, ja. Außer... Sehr gut. Das will ich hören aus dem Off-Alter. Er müsste 3-Level vor mir sein, 2-Level oder so. Oder halt 5.000 Gold oder so. Aber das fokussen wir den lane-mäßig. Ich würd sagen, wir spielen das über... Also, wir müssen die Talia am Anfang vor allem rausnehmen. Das, was pusht, wird gefickt. Sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, dass wir die Talia tracken. Die kann so richtig weirde Jungle-Wege nehmen. Die, die können, die können... Die kann Red-Buff starten und dann trotzdem... Ach nee, die sind Blue-Side, ne? Waden und First-Buff auf jeden Fall, Warden. Wir brauchen auch Harry. Das heißt, so einen Minuten-10er-Swap würde ich sehen. Es kann... Die werden wahrscheinlich Level-1 wählen, ne? Ja, die können 1,25 Invade sogar machen. Watchen und Cleanse. Wir können auch stacken, wenn ihr wollt. Einfach vor dem Red-Buff. Ich glaub nicht, dass wir das gewinnen, wenn wir stacken. Gegen Jaxx brauchen wir nie mehr... Ich würd im Lane-Bush... Doch, wenn die Phase checken, dann gewinnen wir safe. Aber... Glaubst du? Ja, natürlich. Ich würd im Lane-Bush mitle stacken. Ja. Ja, aber warum? Weil wir verlieren in die reinen Rennen, hilft das nicht. Du müsst uns facetracken, damit wir das... Ich weiß nicht, ob wir... Nee, ich würd einfach vor dem Red-Buff unten links... Also dem Gebüsch, vor dem Red-Buff-Gebüsch... Wollen wir dann Blue-Worden trotzdem, oder? Nö, nö, nö. Wollen wir eigentlich gar nicht. Wer die Map-Spit-Top-Side machen, ist das... Können wir die hier unten relativ heavy abusen, glaub ich. Ich glaub nicht, dass die das Maps bitten sollten. 1,5 Millionen fast auf fucking Anivia, puh. Wie viel hast du, Johnny? Was hast du, Johnny? Boah, keine Ahnung, 500.000 oder so? Er hat halt die 80% seiner Anivia-Games zu handeln... ...vorm Mastery-System. Ja, das zählt nicht. Achso, das zählt, oder was? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich mein, der Chap ist ja, seit es Mastery gibt... ...nicht bei Viable, ne, also... Okay, wo wollen wir rein? Deswegen ist er auch contested hier. Das, was Kevin sagt. Wollt ihr hier warten, eigentlich? Ich würd hier, oder? Ich glaub ich, dass die Blut sind, oder? Okay, dann, dann go hier. Hier, ja, nein. Ich glaub, für die macht einen Bot-Split... ...nicht so viel Sinn. Also, die werden Wender Red-Buffen werden, glaub ich. Ich glaub, die wollen mich halt nudeln im Early-Web. Ja, ja, genau, genau. Wollen wir da rein wollen? 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 Widerspringen. Widerspringen. Das ist der erste Drake-Klaus, okay. Oh, mir ist kalt! Ja, same, ey. Ich hab grad genau das selber gedacht. Vielleicht soll ich mir Socken anziehen. Ich überlege gerade die Softbox für das Feeding anzumachen. Gibt es da mehr? Ja. Komisch. Ein ganz vieler Flex. Ja, wir können hier halt nicht bis zwei Minuten warten. Ne, ne, ne. Geht's gleich weg. Also die könnten halt 1,25 kommen, ne? Wobei Top-Side? Top-Side 1,25 gibt's nicht. Ja, sind die auch nicht so. Bin damit brauchen. Also gibt's schon, aber damit sollten wir es nicht unbedingt forsen. Ja, ist jetzt nicht schwach. Wächst auch nicht. Gut. Bleib doch mal hier. Ich glaub eher, dass die Bots halt 1,25 wollten. Soll ich in Blue Horn? Soll ich in Blue Horn? Kann halt überall in Level 2 gegen Fatalier werden, ne? Ja. Ich lass mich auch pushen. Ich glaub, wir sollten uns alle ein bisschen pushen lassen. Krank. Pushen lassen, sag mal. Ja, alle, die nicht Mordekaiser gepickt haben. Was kann ich nicht pushen lassen? Wir haben Watt gepolt. Jo. Top hat nicht gefackt, ne? Ne. Passt auf. Falls sie wirklich Level 3... Geh nicht davon aus, aber... Kann schon gut sein. Board eben. Ja, wir sind Level 3. Ja. Ein Minion noch. Wir haben Level 1. Wollen wir ein bisschen traden? Okay, wir brauchen mal Half-Life. Nice. Good job. Ja. Mitlenken geht grad Top-Side die Board. Also wir haben auch noch nicht gewordert, Tim. Lass uns auf Braum gehen dann. Oder wir... Lieber im F, oder? Ja, was wir kriegen. Ich kann nur auflane. Flashen. Ich geh rauf. Oh Gott. Ich hab noch Flash. Nicht zu viel. Ja, ich wollte es senken. Ja, ich hab gehindert. Wir können die Diven. Wie hab ich denn? Talia ist Top-Side. Ich geh... Hast du die... Wo war die? Talia ist safe Top-Side. Okay. Na, wir brauchen uns nicht lange zum Puschen. Du kannst einfach n wählen. Was, es gibt uns so viel Pressure, ist schon gut. Na ja, nicht die wird, dass der Sekt wird. Ich hab Midlane Slow-Push am Start. Ja. Mach eben Krabbe. Wollen wir nach der Krabbe Bot Set Warden gehen? Wenn wir noch 300 für Trainer wollen. 40 Sekunden cooldown auf meinem... Ich hab... Ich hab... Ich komm. Na. Ich kann nicht so tief Warden. Ich geh einfach hier Warden und dann geh... Warte, dann ist du Resettet. Wird auch ganz kurz Resetten, oder? Hm. Was soll ich sehen? Ich glaub, wir müssen es sehen. Da geht nix. Geht keine Pods. Ich hab 20 Ward. Kannst du gleich Warden? Ja. Ja, ich hab auch 20 Ward. Okay. Wieso wird die Krabbe? Na, ich geh checken, aber ich glaub die ist Gun. W4 hat nur in Blue. Hat Red gestartet, aber das wissen wir nicht. Die hatten hier in Warden, die wissen, dass ich an den Dings bin. Na, sorry. Ich hab den vergessen aufzuschauen. Die hat schon mal Worden. Wir müssen rein traden. Keine Mana mehr. Keine Q. Nein. Sehr gut auf Trade. Könnt ihr den Podlin Resetten, oder? Wir haben die grad komplett am Arsch. Okay, dann komm ich runter. Ich hab schon 13 Seelen. Ich hab schon 13 Seelen. Das ist super krass, was eben passiert für uns. Ja, vor allem der Freeze da unten, Alter. Raptoren gleich ab. Wollen wir den Vayne gehen? Ich kenn's jetzt nicht. Das ist nicht so aufwendig. Ja, Bodlane ist super Fakt. Äh, ich chair noch den Ken und dann reset ich. Ja, ich komm jetzt für Top-Seite in Welt. Ne, ich mein hier, Raptoren. Ja, ja. Das ist Bot-Seite. Äh, Bot-Seite mein ich doch. Lost. Ich hab's auch an den Eiern. Ja, da kann ich jetzt mittlerweile nicht bedienen. Okay. Aber ich hab Prio. Tali hier. Pass auf, MF können kommen, ne? Ja, Bots komplett müssen. Ah, ich hab die nur ein bisschen reingetradet. Du bist feiner. Ja, ja. Ja, ja. Warte mal her. Hast du mit der Hänge? Ich hab den Chat nicht angemacht. Schau mal, Leute. Ich hab den Chat nicht angemacht. Warte, ist jetzt wieder da. Anivia ist gebase. Aber super low. Ich hab wahrscheinlich gebase. Ah, Anivia ist immer noch base. Die kommt jetzt wieder. Die hat Tia, aber ich hab bloß chapter recoil. Mit Land auf die auch richtig gut. Also, wir farmen beide. Passiert ehrlich gesagt gar nix. Ja, wir haben heute ein halbes Level Advantage. Ja. Und wir haben schon Megafisieren. Zwanziger oder fast schon. Anivia hat immer noch TP ab. Also, mit der wird jetzt gigaboring. So, die wird halt einfach mit hier die ganze Zeit die Wave clearen. Aber ich sollte immer noch Prio haben. So, guck schon ein bisschen lauter machen. Lassen wir das immer so. Wir haben grad keine Info. Anivia geht T1. Care. Da. Da, da, da. Pass auf, ne? Pass auf, ne? Pass auf, ne? Ich würde halt eigentlich gerne Top-Sack-Crabbe contesten, aber ihr seid grad. Not in the position für this. No. Ich brauche auf jeden Fall Void Stars in dem Game. Was wir pushen jetzt? Der hat kein Wort. Flix hat schon Dings Cloak. Ich geh Pixel Pink Worn. Wart lang ist Slope, wo schätzt du den? Wir können ein bisschen aggressiver gehen, glaub ich. Ich komme. Ich darf auch mal Mitte hoch. Ich hab noch hier. Was für ein Mit-Play machen, wenn die da hingeht. Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn die das halt sehen, dann werden die schließen. Ich komme wieder runter. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Vielleicht, maybe. Aber ich kann das nicht checken gerade. Ich hab aber eh in drei Sekunden wieder ab. Ich geh wieder in der Mitte. Ich stelle den. Ani wär immer noch Mist, super weird. Ani war topside immer noch, ne? Nee, nee, wir haben die jetzt länger nicht mehr gesehen. Kann sein, dass die Base ist, aber das dauert ein bisschen. Ich geh wohl in Warden, Sola. Hier den Pink Ward. Muss aufpassen. Kalia wird da zum Red Buff von sich move'n. Ist safe? Ja, ja. Die hat hier ihren Red Buff noch nicht. Wir haben den Pink Ward. Kalia ist unten. Noch ein neuer Pink Ward von Kalia hier. Die hat nochmal geresettet, die Ani war. Ja. Super weird Stamper von mir. Ich weiß nicht. Ich glaub du könntest den Barrel Drake anfangen, Tim. Oder kriegst du viel Damage. Damage, I guess. Ani war pushed. Braum ist gerade Mist. Braum ist gerade Mist. Ja. Ist ja da. Na, irgendwie den Pink Ward gekleert kriegen. Mhm. Hier ist ein Ward, Tim, ne? Pink. Ja, keine Ahnung wo die gerade ist. Ani war hier. Ich move auch. Braum move auch. Ich hab Uld schon. Nur kleiner Trade. Nur kleiner Trade. Was raus? Ne, Uld braucht. Sag Bescheid, ja. Talia ist hier, Talia ist hier. Okay, nice. Ich muss raus. Ich hab keine Lentang gerade. Wenn ich nicht schlafe, krieg ich die da. Naja, du musst. Kann man nehmen. Hast du den Bicke killt? Ne. Wir machen, oder? Ich hab keine Lentang gerade. Acht Sekunden Talia ist hier. Das sollten wir nicht machen. Talia hier. Ja, hast recht. Reset eben. Aber so, soweit ich halt immer spielen, ne? Ich warte quasi, bis die, bis die den Q castet, dann Uld ich die. Was wird dann wieder, ne? Ja. Talia wall, können wir auch mit meiner Flashlight turn umgehen. Mit Talia muss base'n. Die wird wieder auf die Lane tippen. Wann wär der nächste Resetterpunkt bei dir? Enemy Blue ist aber. 100 Gold. Ne, ich muss Resetten, Tim. Wer? Baitet die mich hier? Talia könnte immer noch da irgendwo sein, ne? Ja, ich geh mit der Base. Fuck it. Geh mal ein bisschen auf Range, vielleicht Talia Uldschutz gleich. Ja, die gibt uns. Talia ist da. Ich geh Top-Side rein. Boah, das war so gut. Nice. Ich glaube, wir top-light diven. Ah, du bist wieder rüberge-eht, ne? Rüberge-eht, deshalb ist ja lucky. Bin da. Talia Flash, oder? Ne, gar nicht. Warte, warte, warte. Bne. Nice. Alivia Mist, die hat tp. Die hat tp. Guckt wegen hier tps irgendwie. Ah, das war ja nicht. Du hast hinter, oder? Talia's Bot. Talia ist immer noch unten. Ich würde gerne immer noch zum Blue. Was mit dem Harrod? Talia ist Out of Mana. Talia ist Out of Mana. Anivia könnte tp, ne? Also Anivia könnte Botley tp. Talia ist Out of Mana, die muss reseten gleich. Gehen die für Drache? Ne, die ist Out of Mana, Talia. Wenn die dafür gehen, dann... MF ist auch rum, MF ist auch rum. Aber ich... Ich mach nach Blue, mach ich Harrod. Kannst du kochen? Ich geh gucken, ja. Ja. Ich kann mitlein anfangen zu pushen, aber... Das ist nah nie wer, ne? Aber... Der kommt jetzt hier? Ich geh base, ne? Der hat jetzt sogar relativ solide Mana. Ja, den Fakt haben wir gemacht. Ich hol mir einfach hier den Topsight Jungle. Ja, ja, mach doch. Ich hab schon fast 30 Stacks nach 10 Minuten. Boah, wir wischen Richtung Topsight Verlagern und den nochmal da halten? Ja, würde ich sagen. Jetzt erstmal nicht, aber... Ja, gut, okay. Dann pinkwort ich gleich wieder Pixel, aber ich kann das nicht alleine machen, grad Talia muss da irgendwo sein. Ne, wird jetzt BF am... Ja, jetzt fangen wir langsam an zusammen zu lernen. Dann können wir das eigentlich so weiterspielen. Ich krieg's so viele sehen in diesem Matchup for free. Top-Lin ist der erste, mit Winz. Kannst du mitgekommen? Ich würd pick... Brauchst du gerade? Hier ist ein Wort. Hier ist ein Wort. Brauchen wir da ja. Danke. Ich hab auch schon die Andres ready. Die Moven jetzt in River. Die Moven jetzt in River. Kommen zu dir, oder? Die werden Bot-Linforced. Die werden weiter... Ich werd Harrods leaken, wenn ihr fein seid. Bist du fein? Ja, ja. Die haben keine Olds gerade, Bot. Die Andres ist low. Wir können direkt Harrod trainen. Talia Mitte, Talia Mitte. Ja, ist fine. In den ersten Jahren können wir verlieren. Easy, easy. Wieder versehen Trades. So. Ich hab einen TP und bin Liga-Strong. Ja, Andres ist super low. Ich krieg bitte auf jeden Fall einen Turb-Plater. Kann Play-Ding auch mit. Talia ist Bot wieder. Die passiert aber nichts. Das ist gut. Kannst du noch die droppen? Nee, nee. Die macht Drake, die macht Drake, sie macht Drake. Hanni wird Mitte TP'n, so. Wir können ja nicht viel forschen. Können wir nicht contesten hier? Rindern wir den Drake? Oder was machen wir? Nee, wir können dahinten eigentlich. Harry mit da, Harry mit da. TP kommt. 2k, 2k. Wir können noch spielen, oder? Okay. 900. TP' ich, TP' ich, TP' ich. Braum, braum, braum. Braum, braum. Ich hab gerade keinen Hult gerade. Ich hab keinen Hook. Ey, das wird Talia da. Muss flashen. Okay. Die hätte flashen müssen. Könnt ihr in der Mitte gehen? Wir hätten halt früher das machen sollen. Ja. Ja, ich hab den Call müssen schon. MF Noils. Braum ist slow. Wir können Bot-Limper holen. Ich glaub die wir seten. Ja, war ein bisschen zu slow der Call. Ja. Ich hab halt schon direkt gesagt. Eigentlich go. Ja. Ich hab Loons up. Ich geh mit der Base. Nächster sind Fernals. Also entweder Ocean oder Mountain Rift. Hm. Ich hab, ich hab äh. Mittler gepanickt Flash. Kann sein, dass sie gleich mit der Nivea wohl einmal dafür gehen wollen. Ja, ich hab schon fast 45 Cent. Talia ist äh. Oh shit, das könnte mein Tod sein. Die jetzt Volt. Nee, passt. Nice. Kann ich den Blue haben? Ja, ja, safe. Kannst du den Solon? Ja, ja, safe. Sehst du? Ja, schuldig mit Lenton. Ich hab wieder ult. Ja, könnt ihr. Donny, geht das? Ja, schon. Ich würd halt gerne Power... Wotlane könnt ihr jetzt in Lane, ne? Wotlane redet rein. Wotlane redet rein. Ja, das können wir fighten, oder? Ja. Als ich bin nach Topside Jungle Clear bin ich giga huge, ne? Ja, ich würd's nicht weggekommen. Ja, hier, hier. Ja, ich würd. Anivia moved auch. Anivia moved auch. Ja, einfach nicht gern. Ist fein, ist fein. Bitte crasht auch die Wave. Ja, ich würd. Ich würd schon du gekommen. Kalier weiter Run midlane. Wird noch ult. Wird jetzt eben resetten. Ich bin giga huge jetzt. Okay. Alter Winkel. Denkt halt, dass die am RG. Geh nicht da bei Magic land, ne? Super bad hier. Ja. Bisschen noch Ranging, der Talia holt. Ich hab grad was anderes vor. Mh. Können wir hier gleich zusammen Vision aufbauen, Tim? Ja. Ist uns grad ein bisschen schwer ohne Flash. Kann sein, dass die Anivia sich richtigen Topside moved. Ja, wir kriegt ne Menge oben jetzt. Der ist in Power. Ja, kann sein, dass Anivia da mit Talia hin moved. Naja, ich geh bis hin zurück. Kann grad leider nicht so. Talia, warten, Talia, warten. Talia, warten, Talia, warten. Ja, aber ich geh in das gerade. Nicht schlimm. Ja. Die hat wieder ult. Ich kann so sustain, das passt. Ich kann auch bot move'n. Die wollen halt banen, dass ich unten Gang kam, aber Talia ist da halt. Ja. Wenn ich reinlaufe bin, bin ich tot. Hier wird auch irgendwo Vision sein. Die haben keinen Heal, ich hab Ult Heal also. Warum ist das denn eine bessere Heal? Wir sind Feinde, du. Die kann dran, die spielen mit Cleans. Hier ist halt ein Pink. Da facken wir das ja noch. Talia hier. Ja. Haben die da gewordelt, Tim? Hast du gesehen? Ne, ne. Die hat nur ein Pink. Ich glaub hier ist Wordelt. Hier ist Pink. Hier ist Pink. Ich würd jetzt kurz recoil'n. Ja. Kann sein, dass die Langing probiert wird. Ja, die ist immer noch onlane. Ja, nice. Schön. Das gibt mir richtig Verhalten jetzt. Vielleicht kann ich sogar gucken, ob ich die Solo kennen kann. Mittelturm ist doch auf 1100 nah, also. Jack Skuller miss. Bob-Lammy setet jetzt. Warum könnte er romen? Passt auf. Mäh. Kann ich endlich mal aggressiv spielen. Du hast ja gute Vision eigentlich von Bob-Lammy. Ich kann halt gerade super hart Powerfarmen. Ich bin zwei Level über der Liga. Hast du vielleicht mal hart? Push-Nammy setet ich auch. Weil die die ganze Zeit nur Bot-Zeit schimmelt. Ich kann jetzt Mitte roamen. Wofür? Nice. Wofür? Oh mein Gott, Alter. Viel zu cool. Too cool for these kids, Alter. Ich komm jetzt trotzdem Mitte, ne? Nee, die spielt richtig in Top-Side. Du könntest da nichts machen. Wir können die Diven. Ja, Diven können wir probieren. Jack Skuller miss. Wartet noch. Ich denk das. Jack Skuller. Jack Skuller. Ich hab eh noch. Okay. Sehr chillig. Können wir das Candy noch nehmen, Tim? Lentil, Lentil, Lentil. Du alter Treue, du. MF ist miss. MF kommt. Vorsicht. Ich wollte die Lentil klicken, aber ich hab irgendwie grad ein bisschen zu viel Alkohol oder so. Lentil. Wieso fein? Ja, meinst du? Ich kann rum? Nee, nee, ist fein. Okay, Steward. Please. Ich hab hier kompletten Jungle von denen gedeboardet. Nee, wir haben jetzt komplette Übersicht über die. Das ist ein Pinkboard. Ich hab vorhin schon durchgelaufen. Ich kann hier vielleicht auch die... Ah, der Prom freesed the lane. Kannst du hier aufhauen? Schnell, 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 schnell. Der Prom ist immer noch hüttender. Ich hab gar nicht gecheckt, was du meinst. Top ist super low. Ja, ich weiß. Ich würde italieren. Aber ich krieg immer Backup. Ja. Ja, ich move, ich move, ich move. Ah. Jo, kann sein, dass die ganken. Ah, da haben wir counter ganken. Nice. Center. Den wir Mitte pushen? Ah, Nivea ist immer noch miss. Nee, nee, ist da Nivea. Ah, Nivea ist gleich wieder. Drake ist da, weiss. Ja, die können den Drake grad nicht machen. Ich reset für Drake schnell. Ja, ja, ja. Top wird fett, nice. Können wir jetzt den Drake pressuren? Ich hab Ult, wenn du brauchst Johnny, ne? Nö, ich hab die. Nice. Ja, ich reset auch und komm runter für Drake. Äh, liegt gegen Mitte Thorn. Thalia ist hier? Thalia ist da im Gromp gerade. Im Elfenmiss hat Ult. Ja, nice, bin jetzt auch super fett. Thalia war im Gromp. Oh, ist das schön. Ja, das ist direkt weg, Mama. Ey, ich geh basen. Ja, Nivea ist jetzt. Ja, fast schon eine Weile. Ich so geholt nicht hin. Wir werden die gleich geworden gehen, oder? Nice. Hier, hier, hier. Ich hab gleich wieder Hook in 3. Ich hab einen 5 Sekunden TB. Ich hab einen Hook. Play, 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 play. Ich geh raus. Holy shit, Alter. Oh, schade, Mann. TB? Oh, muss Jack sein? Ich, ich, TB zu dir. Wenn du ein bisschen überlebst. Nice. Ich kann ihn gleich weg, ultim von dir. Da ist immer noch ein Jax. Achtung. Ich pufe auch. Geht da noch was danach? Wenn Johnny kommt. Überlebst du das? Ja, ich renn weg. Ja, Jacks ist genau ober auf dir. Jacks ist ober auf dir. Ja, aber ich hab ober auf. Ich hab ober auf. Okay, let's get off. Ah, ich war da ein bisschen gekitert. Nice. Run, run, run. Okay, Jacks. Nice, good job. War jetzt nicht clean, aber ist okay. Ist gut. Können wir noch? Ich glaube, wir können den spielen, ja. Kein Flash gerade. Oh, so. War es mit Haralds weiter? Ja. Jacks Mitte? Äh, ja. Sollten wir auf jeden Fall holen. Wie, machen wir lane afteilen? Soll ich nochmal bot gehen? Oder ich geh top, oder? Stay einfach. Nee, bleib bot. Okay, okay. So können wir einfach im botlane spielen. Ich komme, Tim. War noch ein bisschen. MF, Barad, braun mit dann. Beide keine Nulls. MF, kein Cleanse, kein Flash. Okay. Wir sollten jetzt noch den Hellbild versuchen zu kriegen. Aber ich glaube, es wird schwer, ne? Ich wirklich, ne. Einfach. Blue buff resetten vielleicht. Das ist halt eine Minute, ne? Achso, ja. Gut, schon. Wollen wir nicht lieber verboten? Ja. Wird gerade noch mit. Ich clear hier alle Worts. Einfach resetten. Ihr solltet beide ordentlich jetzt hier Vision holen. Und dann könnt ihr die ganze Zeit auch schweren. Ja, Tim will ich sie beide Shutdowns werden. Kannst du Lantern stehen, Kutcher? Ja, ich stehe für Lantern. Was? Lass, wir sind beide Shutdowns werden. Lass nicht für Kates traden oder sowas, ne? Das weg hat. Ich weiß nicht, wo die Anivia hingeht aus der Base. Sollte natürlich mitlanen laufen, aber. Verlierer bot. Verlierer spotlane. Ich bin aber wieder komplett weit weg. Passt. Können wir nicht gegen den? Können wir nicht gegen den? Ich bin ja gerade topside. Scheiße. Hier ist Pink. Können wir Pinks gleich beim nächsten Reset von jedem holen? Ja, ich muss jetzt eigentlich auch gleich. Ja, ich war noch nicht Reset. Ich auch nicht. Kann ich die Krabbe haben für Level 11? Ja. Ich push bitte eine Wave, dann gehe ich Base für Pinks. Oder wollt ihr jetzt noch Herod? Ah, ah ne. Ja, der ist schon diesmal. Ah, ich bin dumm. Ich gehe fix Base. Ich habe einen 15-0. Was für einen Trinket soll ich nehmen? Ich bleibe auf Yellow, ne? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich glaube, wir sind Red, oder? Uiuiui. Ich habe im F-Spiel mal nicht so viel Damage. Ich weiß nicht, ob wir... Ich würde halt jetzt gerne roam gehen langsam. Ich weiß nicht, worum wir jetzt Tim bespielen lassen sollen. Der ist zwei Level Head. Botlane hier. Ja, eher Jungle und Botlane. Du pushst und roamst mit dir mit. Ja. Good call. Anni, wer misst Kevin? Geh den Clare. Wie cool du einfach aussiehst, ne? Das ist ja einfach ein Sinn. Wie cool, ja. Immer wenn ich gegen... Hier ist ein Tim von denen. Lass mich erst die Wave Claren. Lass mich erst die Wave Claren. Ja, der geht auch rein. Ja, jawollt. Ich habe Sweeper an. Hier ist ein Watch. Nivea ist immer noch da. Also hier ist Dings. Du, ey, geht 1-30. Lass sie preparen, oder? Also, dass wir da vorm spielen. Ich habe zwei Sekunden hoch. Zwei Sekunden. Wir können nach Chasen. Go, 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 go. Ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Oh, schade. Lass uns einfach zu deep gehen. Lass uns einfach zu deep. Lass uns einfach zu deep. Bot to it, bot to it, bot to it. Im Effekt keine ult. Hä? Nivea ist doch bitte. Go, go, go. Okay. Was können wir jetzt spielen? Ah, schade. Wir haben ja drei Minions. Deep Swords machen auch mehr Damage an mir, als ich vorhin erwartet habe zu sehen. Ich kann dann hier einfach so straight up. Keine Wave gerade. Vorsicht. Ja, ich kann noch Land hören. Falls Johnny will klitschen. Nivea ist immer noch Mitte. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch Mitte gehen sollen. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch Mitte gehen sollen. Einer kann schon wieder Mitte roam, ja. Wieso, ob ich das überlebe, wenn ich die Fels checke, ja. Brakes sind 40. Ja, ich will es denn noch einmal, ja. Hast du Waffe geklaut von Aniria? Nice. Du bist schon Muramana, ich bin ein Sandstorm. Oh, ich geh auch nochmal fix. Mit deinen Pinks. Wir gehen für Drake. Also zumindest Vision. Also Aniria hier oben ist, gehen wir Roland machen. Nivea ist bei Nivea. Ich sollte nur für Drache gehen, ja. Ich geh kurz Reset an, dann komm ich. Ja. Alle bitte Pink, die können. Ich hab Level Pink dabei. Ich sweep hier? Oh. Ja. Ich bin auch super strong, Leute. Der hat da ein Pink ward, wo du gerade jetzt lang gehst. Coming. Die Krabbe noch? Hier ist kein Ward gerade im Pit. Pass auf, Soda. Der arbeitet übel viel mit den Wards, ne. Da muss die Menschen versuchen zu respektieren. Können wir einfach starten? Ja, start, start, start. Einfach rauspullen, aber nach unten hinweg. Hier hin. Stell dir hier. Okay, Solar. Nach unten. Nicht schlimm. Och man. Drake is drunk, Alter. Ja, dann machen wir den hier. Alles klar. Sorry. Glaub ich auch nicht. Midlane direkt. Die können eigentlich nur gewinnen, wenn die MF eine gute Oil trifft, ja. Ja, oder wenn die Anivia halt jemanden wollt. Wollen halt für mich jetzt gehen, ne? Ach, okay. Geh nicht. Top, top. Midgetier 2 ist halt super schwer, ne? Ich überleg, lass mal 1-2 einspielen. Lass mich vor Bot. Ich glaub, ich solo kill einfach alles, was kommt. Ja. Und ich glaub, wir können das nicht 4-1 siegen gegen, ne? Naja, ist richtig. Anivia. Wir brauchen halt immer noch mehr Pings, ne? Ich kann meine Wards sonst... Ja, ich war noch nicht base. Ich geh jetzt gleich. Wir können auch um Nash spielen theoretisch, die da reinbaiten. Wir können auch um Nash spielen theoretisch, die da reinbaiten. Ich hab jetzt auch bald Firekin in 1000. Dann können wir auch einfach mit meinem Slow arbeiten. Ich kann Bot an Turm gehen. Ich hab grad nicht so aufgepasst. Ja, wir können Bot rotieren. Wir kommen Bot, wir kommen Bot. Ne, ne, ne. Ich reset gerade. Mit der Siege push, wir können eh nix mehr machen gerade. Ja, aber der Turm ist ja los. Tim, Tim resettet. Ich weiß, ich kann die Lentung gehen. Ich kann die Lentung gehen. Nö, ich bin safe. Ich bin safe. Ich weiß gar nicht, wie der ein Level vor mir ist. Ich haber dich so ein bisschen. Oh, ist angenehm. Ich hab grad 4 Bots selbst. Bot, top. Ja. Kannst du die Pressure halten? Kevin Collapse mich auch gleich im Turm. Ja, nicht. Also ich hab dich. Ja. Wenn wir die an... Nie mehr ist top, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Jax fighten kann. Glaub nicht. Naja. Wahrscheinlich nicht. Nicht, wenn er also in der Tag Speed gestackt hat. Bitte wird gekillt. Na, ich hab geintet. Sorry. Passiert. Ich geb Bot raus. Ich hol Blue. Da war die Teddy. Hab ich nicht mitgerichtet. Also einfach ein bisschen mit Vision arbeiten. Nicht einfach... Ja. Wir brauchen Pink Wars auf jeden Fall, dass ich ihn nach vorne verschieben kann. Also wir starten, Kevin. Die haben wir keine Vision. Probieren. Haben wir genug Damage? Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert, wenn wir den Nash ankleiden. Ich zeig mich Mitte. Ich zeig mich, glaube ich, das ist im Rechten. Brauch kommt jetzt langsam. Aber der kommt nicht. Aber der kommt nicht. Na jetzt ist nicht. Dann wird abbrechen. Na ja, das raus, das raus. Das raus. Hättest du mir Lantern geben? Ja, unterwegs, unterwegs. ja war nicht so geil das noch contesten ja wort es ist nur contesten können oder gehen sollen ja ich hätte auch flaschen können oder du bist weggesandt egal was passiert alles easy jake in zwei minuten ich habe in einer wave meinen fall kennen was ist der gameplan gerade lauf ich da einfach nur behindert rum und weiß ich welchen machen soll ich schätze wir sollten einfach in geld in der mitte auf dem weg brauchen wir noch Der Jack ist einfach jetzt... Warum ist der eineinhalb Level vorher? Gibt zu viel XP Ich gehe topwave vorhin Aber es war wunderschön von der Kutschi Ja wir müssen einfach Go machen. Ich glaube nicht dass die gewinnen. 5 gegen 5 Ich weiß zwar nicht wie Sola gerade geschaut ist, aber habe ich nicht gesehen Naja Taddy hat wie geltet Taddy ist leider auch zu spät gewesen Da ist er dran geslidet, Schilling smiten dann irgendwie ein bisschen im Bauch Kriegen die mit Tower Aber wenn ich Summones habe, dann überlebe ich das easy. Ich hatte auch keine Ult gar nichts Ja Retta gerne trotzdem befreit, wenn wir welche voll verpasst, dass du neben mir stirbst, weil ich nach Ult geguckt habe Ja Drake ist jetzt 40 Leute Ja ich resette, ich habe die Andres ab Ja ist zu spät von mir, Malbert Wir brauchen noch mit Push Pushen wir denn Ja ich hätte die Wave nicht mehr nehmen sollen, Malbert Ich will in der Mitte was machen oder müssen wir abgehen Ja Ich würde dann Go machen Ja wenn ich vielleicht da bin Hier hört mal jemand Wir können alles fighten mit mir, ich bin da bis 16 Und das einfach um Sornierung fighten 6 unten Können wir in der Mitte korrebsen? Soll nicht gerade alle gehen Wir werden damit die Zeit übernehmen Wir werden damit die Zeit übernehmen Ja nicht alle, nicht alle einfach Einfach Na die haben wir uns raus gewohlt Und wenn ihr das in der Mitte nicht spielen? Doch, Tim hat aber einen langen Weg Hör auf Gefil im F-Hook gleich Warum ist es dann? Weiß Ich, ich Können wir weiter Ja, ja, tschüss Der hat Jax gepusht aber unten, ne? Ist doch perfekt Ja, Tim hat er vielleicht gecatcht Ja, Tim, 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 bei Tim, bei Tim Double Flay, Double Flay 2 Sekunden look, 2 Sekunden look, Anivir kick auf Anivir hook, Anivir hook Anivir hook Der meint Hit Drake, Hit Drake, Hit Drake Was? Der Jax wird dafür wahrscheinlich gehen Aber wir können einfach machen Ja Der wird für Inip, ne? Nein, nein, der geht für Drake Der ist schon unterwegs Ja, aber der ist nicht schneller da als wir Geh hier rein, Tim, dann müssen wir schnell Oh, Moment, dann mach ich nicht mehr Ich geh topside direkt Der wird jetzt Viertel Drake Wind Condition, ne? Huge Richtig schöner Hooks, Mann Ähm, wenn, wenn die Talia uns so rausbeut, ne? Dann, dann lernt er mich da bitte drüber Das hab ich nicht gesehen Komm ich in den Fight da nicht rein Ich geh für eine Stopp-Catches Wenn wir den Team-Fights nicht komplett reinchoken, gewinnen wir die auch Naja, das ist halt, wenn Die Fights gewinnen wir halt gerade die ganze Zeit, wenn wir die engagen, ne? Wenn das andersrum aussieht und die mit der Wall anfangen Und dann into MF und Talia Wall so Ja, klar, wenn wir uns von der Wall-Catch lassen Das hier ist halt super wichtig, ne? Wenn wir unsere Thumbs haben, sollten wir jetzt ziemlich fein sein Ich brauch noch die Krabbe von Zeit, dann Ja Ich hab noch 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 Und ich kann Wenn Kutscher weiter so reingeht Ich geb dir immer den Ball und Ultern einfach Cross-Range DMF oder sowas Kann man den Weg abgeben hier? Ja Ich hab noch keinen TP Ich brauch Pink Worts am besten hier im River, dass ich nach vorne gehen kann Ja, okay, ich hab ab Da ist Pink Ich geh hier pinken Wird sie Pixeln oder direkt aggressiv? Wird aggressiv gehen Ja, ich hab genau mit Nash mein TP, passt auf Jacks könnte Moven Ja, mit April, ne? Der muss da raus Wir müssen da raus Wir müssen da raus Ja, die Flanken, ne? Nein, nein, wir Wir haben kein TP Die wollen gerade Go machen Ja Wir spielen uns einfach um die Vision rum Ich könnte auch ...müsste auch nochmal resetten für neue Wards Vom Baronn jetzt Also chillt kurz Alter hast du Range Jo Von hier bist du dir Ich stell einfach 6 Kilo vor dir entfernt und du clearest die Wards von mir Wir gehen auch hier wieder für Vision Mach go hier auf mich Ok Ich kann hier für eine Ult gucken, wir sollten jetzt einfach halten Boost Tronk Ja nicht, sag was halt, dann kann ich nicht, ah ne, du warst jetzt hier geult, dann kann ich nicht Achtung, Tim, kommt für den Flank, ne? In dem Raum, schön, Anivia, halb so hoch Kein Flash Ich geh für Tim, ich hab zwei, drei Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden Jetzt geflasht in den Spot Du bist ein Botter, ne? In der Botlane, in der Botlane, in der Botlane Ja, ich geh Botch Camp Flash Weißt du, du machst den, wenn du einen Boister fährst, Kevin? Weiß ich nicht, Edda, der hat halt mehr Damage als ich Pass auf, Jax, könnt ihr von hier kommen? Ah, der hat halt viel mehr Damage als ich, alter Aber jetzt Infinity hat schon nicht Reset, ja? Jax, bitte Die gehen trotzdem Finals, oder? Weil Anivia hat TP ab Ja, ich kann nicht Resetten, ne? Nee Ja, nee, wer ist gerade hier Ich glaub, die machen den schon Aber, nee, nee Valia war da Blue Tricket hat 15 11 und 80 Hast du den Quark bei hier? Will er gut trappen Ähm, dann wurde die nicht geklebt Mach wir ihn Ich kann nicht ziehen, ich kann nicht ziehen Naja, ihr werdet nicht stoppen Naja, aber ist ja auch fein Kann ich Resetten? Ich will die Call eben Ja, kannst du jetzt Resetten Okay, wir haben 1,50 auf Barrel at Break, ne? Wollen wir den, wollen wir den Nash geben und dann darf er trailen? Nee, auf keinen Fall Die Morton's Toad ist nicht so krass, dass es wert wäre Müssen wir auch, glaub ich nicht Okay Ich geh auch nochmal mit Fixed Base, ich hab Codex, aber ich kann keine Pinks holen Ja, ist trotzdem Wolf, glaub ich Das Horsch hat auf jeden Fall keinen Flash, ne? Anivia hat keinen Flash, MF keinen Flash Ja, Anivia und Catflash ist super wichtig für uns Hier mal gucken, Alter Nächsten Fight geh ich vielleicht für Flash oder Ult Aber wenn ich die, also so wie gerade ist das perfekt, ne? Du musst die Anivia versuchen zu beschäftigen, Quatsch Alles von dir Interrupted hat die Ultzone, das ist insane Wenn wir gegrupst, kannst du den auch einfach, können wir den unten holen? Oder gehen die an Baron? Johnny muss dann Baron sein Ja, ich kann die relativ lange beschäftigen mit Stopwatch und Flash und so Die sind dran Anivia, Anivia, Anivia Ja Ich bin relativ schnell da Pass auf, ne? Oh Gott, ist das das Gast Gehen wir da hin? Ja Ich kann die Anivia Kollapsen Ich hab die Liga Ganz slow, spielen wir slow Anivia ist von der Seite Ich hab noch die Ich hab die Anivia 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 Wer, wie kommst du da neben draus? Wie kommst du raus? Okay, let's go Lise, good job Hier kommen die noch, passt auf Ich hab noch eh Schön Nice Nash Nash Ich hör bitte für ihr vorher Schöne Ult Richtig starke Ult I got ya Boah ey, ich hatte richtig Schiss Die werden wahrscheinlich Drake rushen, ne? Aber ich glaub nicht, dass sie schnell genug sind Ne, ne, wir können danach sogar Nash rushen Wir können schon hin Ich brauche die Honeyfruit Kann irgendwer sich hinrennen? Woll grad sagen, rennen wir schon mal hin Na, da ist Sola und so sollten hin Wir können einfach mit ihr jetzt rüber Ne und go Go, go, go Die kriegen die wahrscheinlich Waren die schon da? Ich hab die gar nicht erfunden Ja, Taliya ist über die Lab holen Vielleicht können wir die noch catchen Ich geh direkt hier lang für den Catch Lass sie noch fighten und dann game win gehen Taliya hat keine ult Ich geh hier, ich geh hier Ich geh hier, ich hol die hier Ich geh hier Ich geh hier, ich geh hier Ich geh hier, ich hol die hier Warte noch ein bisschen Wir gehen für Taliya Ihr könnt für die Miss Fortune gehen Wir können hier, äh, finishen Ja, bei den Korobot Ultien und dann wir können hier Ich hab, ich hab keinen Mana, ne? Safe Mana, Safe Mana, Safe Mana Ja, ja Wird ein bisschen chillen sollen mit der Wave Hm, der nächste Problem Ne, 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 wir werden die einfach face tanken Kannst du die an, die werden die einfach wegulten mit der nächsten Wave? Ja, ja, ich werd einfach Biolo gehen Also, ich kenn da grad nix Okay Dann sitzt, dann Oh, ne, Moment In den Tower und in den Wollt ihr end gehen oder Mitte? 20 Sekunden noch zu dir 20 Sekunden noch zu dir Wir können Person zu end Bauen nicht, YOLO Zehn Sekunden auf Volt Ich hab den Hook Moment Tom, Tom, Tom Tom, Tom Play, play, play Jacks? Ich hol die den Jacks weg Okay, ich hab Braum am Hook Braum, Braum, Braum Tom, Tom, Tom Kann wer für Tom? Ihr den Jacks? Anlieva killt mich Okay, raus Raus Okay Ich hab noch Volt ab Oh, Black Bans Was noch Flash? Ich hab kein Flash Du hast Flash bei mir Achso, ich dachte gerade Okay Wait Wait, wenn sie dich chasen hat, dann? Na, ich hab bisschen geschürt, ne? Boah Boah Ich hab mein Schild nicht mehr rausbekommen Nein, nein, ich kann nicht enden Nice Nice War toll Sie hat den Jacks gecocklockt Hat sie aber base kill wahrscheinlich, ja Ich glaub die, ähm Oh, hätten die Johnny gekriegt, wär glaub ich knapp Was place Hab ich dann noch eh Das war nicht close Warte, wir haben 10 Sekunden Flash Die Sonate war ganz schlimm Oh, wahrscheinlich Ja, ich hab's hin So ganz merkwürdig Ah, ich hab kein Mana in den Fightman Ich kann die alle ficken, ne? So frustrierend Ich hab jetzt wieder Flash ab auch Ja, war gut, war Bolz I like it Ganz auch witzig Ich find's gut, Alter Komm auch Nice Ich warte kurz, 15 Gold in der Base Äh, ja, wir sollten Ich glaub fast, wir sollten meinen Flash warten, so War ohne Flash Die Annika hat gleich Flash ab Also ich kann Niemand hat jetzt wieder Flash ab Ich kann mit der Stopwatch halt viel Zeit ausholen Ja, ja Miss Fortune Der hat nicht geflasht auf meinen, auf meinen Player Also ich denke die Die müsste Flash jetzt wieder abhaben Die hatte vorhin die ganze Zeit auf Culldown Ich werd dann einfach immer Jacks weggeholt hier von euch Ja, Mann, Alter Der fickt alles aus mir aus Kannst du das doch mit benutzen, Kevin? Stopwatch plus Sonius? Ja, klar Lol Aber nur einmal Ja, einmal halt Stopwatch Ja Und dann nochmal Sonius Ja Ja, aber Stopwatch kannst du dann einmal Hä, wusstest du das nicht? Oder hast du das ein Twitch-Chat? Ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt 106 Na ja, ich bin ja, Jesus jetzt Wusstest du das nicht oder einfach Twitch-Chat-Beep? Okay, lass wieder fokussieren Wir haben Botlane, Prio Ja, das Kannst du mir halt, wenn wir geguckt sind, auch mal einfach Movement-Speed geben, Johnny Dann kann ich mit Äh, ich hab kein TP, Achtung Ja, Achtung, pass auf Ja, Achtung, pass auf Können wir lane ward, bitte? Danke Eine Wave noch mit, dann kommt sie Top Ja Alarm Und, äh, hier gibt mir ein bisschen Deck Checkspot Okay, nice Gott, schau, hab ich mich erschrocken bei der Pause Mein Gott, ich dachte, jetzt kommt grad eine Thalia weh irgendwie Huwa, Madre Vor allem der Bitch wird einfach instant grau so, ne? Und du wurdest einfach nie wieder gewandt Jo, ich dachte, ich wurde grad irgendwie engaged oder so Keine Ahnung, ich dachte grad, what the fuck ist das Okay, also in den Fights, ne? Ist das Ding, dass die Thalia hat kaum noch Value Die Anivia hat die Rabodons für die, die macht richtig heftigen Damage Ihr nehmt einfach das Tage, was ihr ja zuerst seht Ich mein, guckt euch mal Solas Item an Der mit einem Hit-Touch-Urte, der die Fass gibt Du bist ja voll mit, du Arsch, gib mir doch Felix, die Fass Die Fass Er muss nur einen Autotech machen auf Anivia oder so Wenn das Thema was ready scheint Und jetzt gib mir den scheiß Fass, du Penner Na gut, na gut Hab ich doch gar nicht, hab ich doch gefragt, ob ihr ready seid Okay, fokus, 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 fokus Unfassbar Wir können einfach mit, äh, Sola poken Ja, ja Das ist alles von der Lady Carry sagt an sich Vorsichtig, ruhig Is he was green? Anivia hier Dachte Sollte, ja, sollte Sendi haben nachgeboardet Was hast du für eine Rage mit Rapid Fire? 1k? 900 Nice Du solltest echt nicht mehr lassen, dann kriegst du auch mehr Seelen Hier sind zwei gerade, oder? Ähm, ich Bin ein bisschen gesund, okay Einfach Slow-Spiel noch Botlane warten Ich glaub hier, wir sollten nix machen, alter Einen Mit der Wave ran Alter, wir könnten sogar theoretisch Botlane gehen Wollen wir bei euch spielen und einfach Botlane gehen? Nee, 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 nee Ich geh mal eine Minute Drake Ich mein, Sola kann jetzt mit Auto-Effect das Ding abreißen Ja, aber wir haben eine Minute noch auf Drake, der ist gleich free oder nicht? Ja, das kann bitte 2-2 nehmen Anivia wohl hat ja trotzdem mehr Rage Ey, anser Anivia wohl hat mehr Rage Anivia wohl hat mehr Rage Einfach Turm Dumm Soll ich nochmal für Wards resetten? Oder lieber Witz Nee, ich würd die Vision nicht aufgeben wollen jetzt Ich glaub nicht, dass die für die Wards gehen Wollt nochmal resetten oder nicht? Ich glaub nicht, dass die wissen, dass wir Wards Geh nicht schlecht 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 Ich weiß nicht Wieder Frau Komm mal her, komm mal her Oh, Tim ist böse Hätte ich auch nochmal bösen können Guck mal Talia Mitte hier Ja Ich geb die Speed Oh, sieht sehr fair aus Das ist sehr schlecht Solida Damage Ein 2 auf 6 Ich werd jetzt auch nicht mehr für die Backline gehen Ich bleib einfach bei Solar Jaja, einfach peelen Jaja, einfach einfach um Solar spielen Ja, ich werd versuchen die Anivia zu Das ist das mal Aber nicht, dass du so tunnelst Weißt, was ich mein, Johnny? Ja Also du ignorierst alles Und konntest dich nur an deinem wieder zu töten Nein, 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 nur brauche ich's Okay Ich spiel die Typen als die ganze Zeit über Ja, ja, Recall und dann Nash Aufwand Ich hab actually nichts Was sagt, dass du nicht gecatchet bist? Warte Ja Potts, falls ihr ihn habt Habt Dann noch Rapp auf seine Arm 6-10 hab ich 120 Juhuhu Die wollen hier trappen, I guess Kann sein, dass die hier trappen, ne? Kekekekeke Pfff Naja, so schnell konnten die noch nicht da drin sein Ich bin auch auf dem Rabadons Suche Kannst du die Pitball-Dingschen hier? Okay Die denken sich auch, ich bin zu tanky Mit der einmal pushen? Ja, ja, mit der Wollen wir den Nest starten? Ich klebe den Ward hier, geht das? Klebe doch wieder, wo er ist Hast du hier alles gekehrt? Ja, ne? Ich hab noch Sweeper ab Hier Hier Wie wollen wir das und den Nest-Rom starten? Lass dir ein, lass dir ein Jacks ist Spot, Jacks ist Spot Hier, hier, hier Ja, du gehst ein Pings Pass auf Kevin Okay Okay, go Oh, jetzt gehst du das Pings Hinten Was? Ja, jetzt ohne Mordowit weiß ich, ob der Jacks die Files nicht turnen Jax ist Spot, ja Ich gebe Ace Ich hab die Pings Ja, ist glaube ich zu risky jetzt ein Nash-Trade mit Ey, ey Ich will die Mitte pushen Eigentlich gesehen, dass die QSS gebaut hat, alter Können jetzt starten Noch hab ich beidraut Die werden halt versuchen jetzt Go zu machen ohne meine Ulti auf jeden Fall, also passt auf Wie lange? Äh, noch eine Minute Ja Dann müssen wir trotzdem gucken, ne Also wir müssen nicht alles aufgeben, wir sind auch immer noch trotzdem Liga-Stack Ich muss noch mal eine Rewards holen Ich habe jetzt, ich habe 100 Gold Raber benutzt, aber ich mach die Golems, dann hab ich Raber Ich bin dann, keine Ahnung, was es da viel, viel Worte gibt Eine halbe Senna Oh, okay Oh, okay Oh, okay Ich würde sie schon gern benutzen Gabbel Gehst du wieder back? Ja, ja 4 gegen 4 sollten wir eigentlich auch gewinnen, oder? Definitiv, ja Doch, glaub schon So, ich bin, ey, mein Gott, ich bin Gott auf der Map, let's go man 5 Sekunden Alter, wir sollten jetzt auf jeden Fall einfach Ja, please, wir werden ja auch nur noch schlecher Also außer Solar Die sind dran, die sind dran, glaub ich Pass auf, Tim, Tim Es ist wieder so ein No-Talk, ich geh mal Mitte runter Probier mal, guck mal ein bisschen Und wir wollen Mitte eine Wave nehmen und dann die Nash-Vision klären Der Chex kollapst auf uns, glaub ich, Kader Ich hab die Ich hab bald keinen, äh, keinen Lens jetzt erst in drei Gib mal zum Lens Gib mal, gib mal Klien Was noch? Das hat ihr auch Ja, das ist die Mitte Weifeln Der war für Temponell, ich brauch kein Gold mehr Ja, ich auch nicht Aber ich brauch das Mana, weißt du Ach, der hat auch QSS gekauft? Da war auch noch ein Wort Wollen wir das starten, oder nicht? Chex ist nicht da Der hat halt QSS jetzt Wollen wir das hier rein trappen? Ganz ehrlich, start hin, start hin, start hin, fuck it Oh, ich weiß nicht Wenn die kommen, kalten wir einfach nach oben raus 6k Ziehen wir durch, ziehen wir durch Zieh durch, zieh durch, zieh durch Ich geb Lenton und raus Der TP mitte Ok, jetzt reset und dann spielen wir's zu Ende Ja Oh, Johnny Watt gecancelt Ah, ich hab mich einfach davor gestellt Wart mal eben auch meine Redemption, 25 Ich brauch den Blue, dann hab ich unendlich Mana und dann Ok Wir können auch einfach, wir pushen mit aus Die Anivia hat zwar Waveclear, aber wir haben trotzdem QSS Ja, gegen Nash hast du als Anivia auch nicht unendlich Waveclear, ne? Und vor allem, die hat ja trotzdem mit dem Itemit immer noch 4 Sekunden, wo sie die Oid nicht verschieben kann Hast du hier ein bisschen Cover hier, weil's Jacks mit angeht? Vor allem gegen meine Range, denn ich kicke halt durch Kevin Ich hab halt mehr Menschen als Turrets Ja, und du hast Flash ab, ne? Das heißt, wir können auch mal was riskieren Tim, du bist aber... Du kannst einfach genau so mich shielden und movement's mit dir Nicht, nicht über Mitte gehen, nicht über Mitte gehen Geht einfach mal über Botlay Hast du die Wafer noch rein? Ja, ja, Wafer und dann Hast du gesweept denn? Die werden irgendwo chappen Kannst du bitte den Bush? Den, da wollte ich dann nicht reinlaufen Ich hab Flash, Heal, GA, alles ab, ne? Oh, f***ing hell Let's go, nur nicht irgendwie dumm Wallen lassen oder sowas, Mann So Talia hoch Keine Angst, keine Angst, keine Angst Keine Angst, keine Angst Ich stehe da hinten Ich hab die Lenzwand Oh mein Gott Komm her, komm, komm Jack, Jack, Jack Ach der Jacks Noch n'hook Mit das slow Verlier hab ich Ach, halt so Oh, helft doch, warum helft hier nicht? Hallo? Ja, chill Warte, weil es passt hier Ja, ist richtig, chill, chill, chill Das Spiel jetzt Wollen wir mitte? Oh, das Jacks Wollen wir spielen, oder? Können wir rum noch spielen? Ich hab 10 Sekunden wiederholt Hilda in 40 Wie viel mehr Speed? Lass uns für Hilda gehen Ne, 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 der Jacks fängt dann Ich kann das nicht legen, ist impossible Wir können den drücken, der ist allein Nein, 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 von links wirst du ein bisschen gesandwiched Hier kommt auch was Geht einfach hier rüber Hier rüber Und jetzt am besten Nice Nice Ich hab gleich TP Fight, 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 Fight TP dahinter Auf die bis heute Bis heute Komm mal Hier ein Hit Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Sag was Kevin Nice Enden wir? Nehmen wir noch 2 Game Go for End Action, oder? Ey, lass uns für Finish gehen, ja Ja, ja, ja Okay, let's go end Alles gut, ciao Game, Alter Der letzte Fall Die Landtag lag die ganze Zeit an der Mauer Ich hab sie genommen Und dann war ich auch bei mir Da lieber Ult und Stunt Das BMGG well played Was? Was ist das BM? Wenn wir noch nicht gewonnen haben Wenn wir noch nicht gewonnen haben Uff Uff Sorry Das ist Zeit und Ein, meine Freunde Macht es, Freunde, macht es Ich hab noch ne Cue, Nico, oder was? Ich würd sagen Nicht jeder kann halt an Nico spielen Die Frage geht an Nico Verstehe ich jetzt nicht Absolut Dann spieg ich mit Tim Ich hab noch nie Ich hab noch nie Ich hab noch nie